Mein Vater hat hier die ganze Zähne machen lassen und seine Freundin auch. Sie haben wirklich alles rausgenommen, neue Zähne und ich wollte schon lange die Zähne blitschen. Dann habe ich gedacht, ich verbinde das gleich mit Ferien und komme diese Klinik mal besuchen. Also ich muss sagen, es war ein Unterschied zu der Schweiz. Ich habe das Gefühl, meine Zähne sind sauberer hier geworden bei dieser Zahnreinigung als in der Schweiz. Ganz andere Geräte, war sehr angenehm und auch das Bleaching war ganz anders. Ich habe es in der Schweiz mal gemacht, so ein kurzes Bleaching und ist nicht zu vergleichen wie hier. Ist ganz anders, aber gut, ja wirklich, sehr gut. Also ich würde zu Tenta Prime gehen, weil sie sind, man kann deutsch sprechen dort, sehr hygienisch, es geht schnell, man bleibt immer in Kontakt mit Terminen und wenn irgendetwas ist, man kann sich bei ihnen wieder melden. Also ja, sehr freundlich, hilfsbereit, genau.